Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Kunst als Geldanlage – lohnt sich das? Kunst als Investition – potenzielle Werte und Risiken. Die Frage, ob Kunst als Geldanlage taugt, hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. In einer Zeit, in der traditionelle Investitionen oft unsicher sind, suchen Anleger nach alternativen Anlagemöglichkeiten. Diese Suche hat sie auf den Kunstmarkt geführt. Ein Feld, das traditionell für seine Exklusivität und seine hohen Eintrittsbarrieren bekannt ist. Doch ist Kunst tatsächlich eine gute Geldanlage? Laut einem Bericht von Art Basel und UBS aus dem Jahr 2019 wuchs der globale Kunstmarkt zwischen 2008 und 2018 um 9 Prozent. Mit einem Gesamtmarktvolumen von 67,4 Milliarden Dollar im Jahr 2018. Quellart Basel und UBS – The Art Market 2018 Diese hohen Zahlen scheinen die Annahme zu unterstützen, dass Kunst eine profitable Investition sein kann. Tatsächlich kann Kunst unter bestimmten Umständen eine lukrative Anlage sein. Es gibt zahlreiche Beispiele für Kunstwerke, die für ein paar hundert Dollar gekauft und später für Millionen verkauft wurden. Der Kauf von Kunst kann auch anderen Zwecken dienen, wie zum Beispiel der Diversifizierung des Portfolios oder der Vermeidung von Inflation. Allerdings birgt die Investition in Kunst auch erhebliche Risiken. Eines der größten Risiken ist die Volatilität des Marktes. Der Wert eines Kunstwerks kann stark schwanken und ist oft abhängig von schwer vorhersehbaren Faktoren wie den Launen des Marktes oder den Meinungen von Kritikern. Zudem ist der Kunstmarkt für seine Intransparenz bekannt, was das Risiko von Betrug und die Schwierigkeit, den wahren Wert eines Kunstwerks zu bestimmen, erhöht. Schließlich sollte man bedenken, dass Kunst im Gegensatz zu traditionellen Investitionen nicht liquide ist. Der Verkauf eines Kunstwerks kann Monate oder sogar Jahre dauern und ist oft mit hohen Kosten verbunden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kunst unter bestimmten Umständen eine profitable Investition sein kann. Allerdings sollten Anleger die damit verbundenen Risiken gründlich abwägen. Ein diversifiziertes Portfolio, das auch traditionellere Anlagen beinhaltet, dürfte für die meisten Anleger die sichere Option sein. Artikel verfasst von Anita Farke, Sonntag, 21. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.